Und weiter geht's, ja. Ähm, ich hab meine Pokémon geheilt und brand new mit reingehauen. Lapras, Level 15. Heuler und Ackoknarre. Noch nicht allzu viele Sachen. Aber das ändern wir jetzt. Es wird mit Sonnenbebombs vollgepumpt. Und er lernt Gesang. 18, 19, 20, Weißnebel, 21. Und dann noch ein paar TMs. Los, er lerne Donnerblitz. Boah, du wirst so vollgepumpt hier. Ja, das Problem ist, auf Level 15 kommt es kaum hinterher. Und, äh, ja, ich hab grad irgendwie nicht so die Lust, dass bei wilden Pokémon zu trainieren und bei Trainern würde es auf Level 15 wahrscheinlich direkt abkacken. Bleib sofort stehen, Kleiner. Unser Boss ist gerade sehr beschäftigt. Du solltest ihn besser nicht stören. Und wer seid ihr? Na, ich weiß es. Es sind schon wieder Jesse und James. Mit Smokmok. Wir haben ein Decay. Mega Heave. Bam. Oh, Schlambart. Ja, das sind etwas stärkere Trainer hier. Jesse und James. Eigentlich zählen die ja mit zu den Schlechtesten von Team Rocket. Aber irgendwie hier nicht. Keine Ahnung warum. Und, ähm, als nächstes kommt Arbok. Ich wechsle mal auf Nurak. Wegen Abbeben. Und danach kommt auch schon Mautzy. Ihr letztes Pokémon. Oder entwickeln sie das hier zu Snowbilly-Cuts? Ich weiß es gar nicht. Na, auf jeden Fall recht. Geil, kein Level 39. Oh, oh. Der höchste Wert ist der Initiative wert. Das wundert mich aber. Und es ist, glaube ich, sogar das letzte Mal, dass Team Rocket so auftaucht, oder? Ich denke gerade nach. Nein. Danach kommt... Nein, nein. Ja, das ist das letzte Mal. Mal schauen, was Mautzy... Oh, Zahltag. Hui. Huiuiuiui. Münzen liegen mal verstreut. Na, was soll das denn hier? Die geben mir schon eine Chance, ihn zu trainieren hier, den Brand New. Na, komm. Wir haben darüber... Wir haben bei Skype darüber geredet, hier. Jetzt sing endlich. Endlich. Er hat sich ein bisschen geschämt. Wegen seiner schönen Stimme. Donnerblitz? Ja, wie gesagt, es gab noch keine Step-Sache hier. Deswegen ist Donnerblitz stärker als Aquaknarre. Und zieht doch immer gleich viel. Es schläft weiter. Noch ein Donnerblitz. Ja, und damit hat Brand New auch schon seinen ersten Kampf gewonnen gegen ein 10-Level-höheres Mautzy. Na, hier. Er zeigt direkt, was seine Ambitionen sind und wo er hin will. Ich hätte Brand New gefragt, ob er ein Mautzy sein möchte. Äh, Mautzy. Ein Lapras. Wie immer. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Mal wieder. Eiskalt. Aber was bist du hier wieder für ein Berlusconi? Bingo. Bingo. Türöffner, blablabla, Tür. Ah, Rot. So trifft man sich wieder. Ich führe gerade äußerst wichtige Verhandlungen mit dem Präsidenten. Das ist doof. Ah, okay. Ist nicht allzu stark. Ich hatte schon Angst. Body Slam. Oh, Paralyse. Das ist schade für dich. Mega Heap. Zack. Als nächstes ist es Snobili-Cat. Ja, wir wechseln. Das Moko möchte noch ein paar Dinge klarstellen. Nachdem er gegen Gary leider keine Chance hatte. Ja, ich wollte ihn einwechseln und eher viel leider auf Flammer. Aber jetzt ist er overleveled gegen die Snobili-Cat. Das passt. Zack. Volltreffer. Fast schon besiegt. Äh. Ja, ich wollte nicht Egelsamen einsetzen. Ich wollte Dingens. Megasauger einsetzen. Naja, dann halt. Zerschneider. Ein vergeudeter Zug. Obwohl, wir bekommen ein paar KP wieder. Okay. Ganze vergeudete sind auch wieder nicht. Nobilicate wurde besiegt. Rihorn. Ja, wir bleiben einfach mal drin. Rasierblatt. Das hatten wir doch schon mal. Und er hat nicht daraus gelernt. Tja, Volltreffer weg damit. Und jetzt kommt Nidoqueen, ja. Er hat Nido-Rino und Nidoqueen. Aber kein Nidoking. Er hätte auch Nido-Rino haben können. Nidoqueen. Nidoqueen. Ah, er wurde besiegt. Ah, er wurde besiegt. Ah, wieder verloren. Verdammt mich. Durchsindere Übernahme der Silvko verpägt. Aber Team Rocket wird niemals aufgeben. Aber vielleicht ist das hier eher etwas für dich. Yay, Meisterbau. Ich glaube, ich kann nicht jedes Pokémon fangen. Ich glaube, ich werde jetzt gleich meinen Taupsy testen. Ja, ich glaube, die restlichen Leute sind auch alle nur Danke und schenken mir nichts mehr insofern. Ignorieren wir sie. Äh, solche, äh, undankbaren, fiesen, äh, Alter, was, ach, was, ach, was, ach, was, ach, wo ist der Ausgang? Ich will so schnell wie möglich aus diesem Irrenhaus heraus. Da ist der komische See. Was soll das darstellen, so für ein Springenbrunner ist es ziemlich schlecht, äh, dargestellt worden. Na, ich bin auch zu doof, um den Ausgang zu finden. Ah ja, hier rum wie sonst was. Yay, Team Rocket ist wieder weg. Hurra, Team Rocket ist fort. Jetzt fühlt man sich sicher auf der Straße wieder. Ich hab's halt mit dem Lesen. Aber irgendwann werde doch ich einen Satz hinbekommen, ohne Fehler. Was bist du für ein Angler? Warte, sag kein Wort. Versuch dies hier, oder? Äh, ist bestimmt die Platscher-Attacke. Willkommen, Gepär, ich will Platscher haben. Oh, Psychokinese. Könnte vielleicht daran liegen, dass das Haus vom Typen der Psychokinese ist. Ja, die Kay kann dieser Tag auch erlernen. Wird er aber nicht. Weil Brand Newsy erlernen wird. Und dafür geht Weißnebel weg. Tschüss. Was willst du mit Weißnebel? Psychokinese ist Burner. Hey, Psychokinese ist Beste. Psychologenhaus. Was bist du für eine? Nun kommen auch wieder Touristen nach Saffronia City. Das war eine sehr muskulide Stimmung. Ups. Und weil wir keine Zeit haben, setzen wir uns auf unser Fahrrad. Wir merken, dass wir die Frame-Screams-Frame-Frame-Irgendwas. Ja, meine Haare sind im Gesicht, auch wieder nach oben stellen können. Und der Brand New kommt nach vorne. Ja, jetzt gehen wir in die falsche Arena von Saffronia City, wo es noch ein Pokémon gibt. Mann, die sind alle so leicht mit unserem Psychokinese-Pokémon. Ja. Ich weiß, ich möchte kämpfen. Blibber-Holo. Level 31. Huuu. Huuu, Silberblick. Huuu. Uiuiuiuiui, da war die Maus im Bild, aber das werde ich eben wieder rausschneiden. Huuuuiuiui. Noch ein Silberblick. Ging daneben. Uiuiuiui. Vielleicht hätte ich es doch noch ein bisschen mehr trainieren müssen. Aber hier nicht gleich wieder drauf gehen. Brand New. Was ist jetzt hier wieder? Na, gerade zurück, ging daneben. Mann. Brand New, du bist so ein glücklicher, 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 glücklicher Glückspilz. Ja, Energiefokus. Fokussier so viel du willst. Du bist erledigt. Zack, weg bist du. War noch ohne Damage. Oh, ein Raser. Ja, das könnte jetzt gefährlich werden. Raserei. Meiner Meinung nach jetzt nicht so die Ultra-Attacke. Insofern. Machen wir einfach weiter mit unserer Psychokinese. Es wird stärker. Aber seine Spezialwert ist gesungen. Insofern zieht Psychokinese jetzt mehr. Ja, und Brand New hat bravourös eingeschlagen. Uff, ich gebe auf. Das soll sehr gut sein, beweis es mir. Ich kann auch einfach die Hälfte überspringen, wenn ich nicht sogar alle bis auf einen überspringen kann. Das ist Brand New. Psychokinese. Oh, jetzt sind wir auch noch schneller als dieses Macholo. Oh, Volltreffer. One-Hit-KO. Maschok. Fußkick. Ja, das könnte wehtun. Das könnte besiegt werden. Das könnte... Das ist besiegt. Los, Magic. Donnerblitz. Wuhm. Karateschlag. Ja, okay. Ui, Volltreffer. Und noch ein Donnerblitz. Schwarzwald wurde besiegt. Schwarz-Groo wurde besiegt. Schietrichter. Das war ein Foul. Ich fahre wieder ins Pokémon Center, um meine Pokémon zu heilen. Ich bin so ein unproduktiver Let's Player. Ich kann mir keinen Scheiß überlegen, den ich reden könnte. Und deswegen summe ich die Melodie nach und fahre zu schnell. Hoffentlich will... Hält mich keiner an. Genau. Holt mich keiner ein. Keine Herausforderung ist mir zu hart. Ich zertrümmere Steine mit bloßen Händen. Und ich zertrümmere deine Pokémon mit bloßer Psychokinese. Oh, ein Raser. Oh, Level 36. Brand new, du solltest dich anstrengen. Na, er gekratzt. Na, er kratzt immer noch. Na, er kratzt weiter. Na, er hofft zu kratzen. Er hofft zu kratzen. Über irgendwelchen Mückenstichen hier. Ja, Raserei ist nicht allzu stark. Hoffentlich setzt er nochmal Raserei ein und nicht. Kratzfury. Das wäre fatal, würde er Kratzfury einsetzen. Ach, genau. Er muss Raserei weiter einsetzen. Das ist ja bei der Generation damals noch gewesen. Raserei war eine Attacke, die sich einfach mehrfach eingesetzt hat. Level 23. Oh, ich habe eine Brennung. Solche Deppen hier. Warte mal kurz. Kampfarena. Das sind immer ein echter Rinder. Halt, stopp. Zieh deine Schuhe aus. Was für Pikachu? Der darfst du deine Schuhe anlassen, ne? Minky. Mit seiner Schweinennase hier. Karate Schlag. Volltreffer, ja. Steck die immer gut weg. Psycho-Chinese, steckst du die auch gut weg? Leider. Na ja, gut ist was anderes. Aber, fuck is, er steckt sie weg. Minky. Ja, Flucht-Seil. Ah, schade, nicht geklappt, ne? Dann heilen wir nochmal unser Brand-new auf. Kassieren, ein Karate-Schlag. Ja, ja, ja. Oh, shit. Nichtsangriff. Warum? Komm, volltreffer, volltreffer, pizze. Pizze. Volltreffer. Mööööö. Möööö. Und ein Razar. darf ja kommen wir wollen die ganze Scheiße vor und ja, komm, besiegt Pupupu los Justin Timberlake Blübstrahl wir haben doch nichts anderes aber jetzt bist du zu langsam you're too slow yeah, level 39 schwarzgut wurde besiegt ich gebe auf Spitzkopf Larry wurde besiegt ähm los und fang zum markt zu feiner hier ich schlug meinem Taubusseater nachdem ich von der Silvcow gelesen habe ist schon alles vorbei, na toll, dann habe ich wohl das Beste verpasst ja, ich hätte dir einen Gegner übrig lassen können habe ich aber nicht so, wir kaufen nochmal 10, 12, 12, 15 15 Übertränke und dreimal Topschutz und äh 10 Hyperheiler und wir verkaufen wir verkaufen den Superball die Paraheiler die Gegengifte tm9 tm9 cissa und wir kaufen noch ein paar Beleber und zwar 7 warum 7 einfach so fahrrad fahrrad kommt nach ganz oben damit ich nicht mehr runterscrollen muss wenn ich wie ein besoffener durch die straßen fahre fahrrad 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 Willkommen ich bin Karate Meister und leite diese Pokémon Arena, du forstest mich raus, also gut ich kenne keine Gnade, los geht's das ist keine richtige Arena, kein besonderen Sprite, insofern muss sie auch nicht die Geschwindigkeit darunter spulen Level 37 ist aber schon eine Hausnummer Fiki ging daneben und Yoyoyoway Siegen wir hier Er schläft ein, X-Angriff, ob das jetzt allzu schlau war, weiß ich nicht Ich würde ja zu Nein tendieren, weil er jetzt einen Zug vergeudet hat, indem er schläft Naja, aber, ähm, ja Wenn er meint, er muss so kämpfen, dann bitte sehr 100 KP Jetzt kommt Nocchan, kann bestimmt irgendwas wie Donnerschlag, wenn es hier schon gab Feuerschlag gab's, ja Da gab's doch Donnerschlag Warum nun, ach du Scheiße Du Lacker Warum greifst du mich mit Feuerschlag an, was soll das? Ey, was soll das? X-Angriff Mensch Endlich So, das schaffst du aber auch noch mit Verbrennung, brand new Das senkt dir nur deinen Angriff und nicht deinen Spezialangriff, insofern Geht es nicht auf die Psychokinese Der Kampf sollte gewonnen sein Der Kampf ist gewonnen Tja, ihr wurde von einem Lapras auf Level 23 besiegt Das tut mir leid für euch Ah, ich wurde geschlagen Ja, bla bla bla, bla 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 bla, ein Pokémon Bla 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 als ich jetzt aus kekley oder noch schaden nämlich seki chan oder bruce lee ich entscheide mich darf ich auch gehen wer es noch nicht wissen sollte das ist der rot war ja hallo ich nehme nur pokémon die rot hatte rot hatte niemals einen noch schrecklich insofern ich werde nicht gezwungen sie zu nehmen dann nehme ich sie auch nicht ich meine ich habe sie schon vernichtend geschlagen und was kann ich mir immer noch eins nehmen wenn ich um die das haben möchte aber ich setze die ehemalige in der box rum was machen wir als nächstes wir werden das ist den radweg runter fahren wir sehen uns dann in der nächsten folge bis dahin ciao